vielleicht kennt ihr kaiser schon ich habe gesehen ist andere streamer reagieren auch langsam auf den der macht sehr sehr gute videos ist so eine art meinungsblogger österreicher glaube ich ich habe muss von akzent ausgehen und der machte videos über kritische leute schon mal ein video über die gg gemacht die die ukraine gefahren ist um tik tok zu drehen und so eine sachen hört sich schon übel verrückt dann wird nur noch verrückter schlimme sachen da passiert ich habe da schon eine reaktion zugemacht so könnt ihr euch gerne reinziehen oder einfach bei kaiser vorbeischauen gucken wir mal was der kollege über skoros sagt digga skoros habe ich auch gefressen den typen es ist ein deutscher youtuber streamer der für seine casino streams und peinlichen auftritte auf der gamescom bekannt ist einfach einfach die letzten beiden sachen wofür bekannt ist der wofür mal den sehr gut aussehenden youtube weggestriken von seinen videos reagiert hat ich habe tatsächlich noch nie was kurz im video gemacht aber heute ist es fast einfach komplett übergelaufen was genau meine freunde zu einem weiteren wie hier auf meinem kanal herzlich willkommen zurück bei der besten aufgangs youtube jetzt richtig gehört heute geht es um skoros hört sich an wie diese nice und churros aber ist bei weitem nicht so ja so süß aber wer ist kurus eigentlich und wie hat er angefangen skoros heißt mit echten namen teo und hat 2016 mit youtube begonnen er hat von fifa das möchte ich aber ganz kurz wissen das hat nichts mit der ganzen sache zu tun aber nur für meinen eigenen segen ist der deutscher wie hat er angefangen skoros heißt mit echten namen teo und hat 2016 mit youtube begonnen er hat von fifa content gemacht und ist dann auf gta 5 roleplay umgestiegen das war eigentlich ein ziemlich bobber move vor allem halt zu der zeit weil da ist gta p ich bin halt kaum in der szene drinnen okay aber da ist es gerade so richtig geboomt und nachdem du in dem modus mit anderen streamern gezwungenermaßen kooperieren musst kannst du dir halt in relativ kürzester zeit eine recht große community aufbauen und genau das ist auch passiert er hat nach ein paar jahren ein relativ großes fordern aufgebaut und das hat vor allem auf twitch aber dann kam der mattemann und machte ihm einen strich durch die rechnung machte nichts draus bruder dorfuchs hätte bestimmt gelassen 2018 hat seine streamen karriere aus heiterem himmel ein ende gefunden weil er auf twitch einfach gepermaband wurde permaband heißt halt nichts anderes als theoretisch darfst du halt für den rest deines lebens nicht mehr auf twitch streamen 1242 die sind vergangen also knapp dreieinhalb jahre und scurrus ist rechtlich gegen diesen permaband vorgegangen und er hat sogar gewonnen ja ich finde das sehr nice ich bin auch sehr sehr nice freue ich mich sehr für scurrus hat wirklich seit er hier ist der wohnt ja auch schon seit zwei jahren auf madeira und er hat immer davon geredet dass er wieder auf twitch streamen möchte und so und ich bin ja freiwillig auf youtube ich bin ja gerne auf youtube aber er war nur weil er auf twitch hat gewandt wurde was auf twitch hat wirklich sehr beschissen ist dass sie manchmal einfach irgendwelche creator bannen ohne wirklich großartig einen grund anzugeben als muss kurz was irgendwie beleidigung oder sowas auf die art aber sie haben halt keinen clip mitgeschickt wo sie sagen ja deswegen wurde es so gebannt aber egal er hat letztes jahr im oktober sein comeback gefeiert und das ist nicht mal ein jahr her okay und jetzt geht es richtig los zu der zeit hat monte relativ viel casino gestreamt wurde natürlich auch dafür kritisiert ist logisch und schon damals haben große streamer wie oder monte das thema ordentlich gepusht und darauf aufmerksamkeit gegeben und mittlerweile sind wir in dieser ganzen szene noch mal einen schritt weiter der mittlerweile gehen diese casinos aktiv kooperationen mit den streamern ein das heißt sie müssen regelmäßig in diesem casino online spielen das ganze streamen und bekommen dafür geld sehr sehr viel geld sind generell einfach nicht gern gesehen weil es ist halt klar dass ihr geld wichtiger ist als der community und darum ist die kritik meiner meinung nach auch absolut berechtigt der streamer rohat oder rohat keine ahnung hat montag schutz genommen und auf twitter hat screw ist dann das hier geschrieben habe gerade den clip von monte gesehen wo er über mich sagt fifa packs öffnen und dann sowas sagen also meine meinung über casinos dreams mit echt geld ich finde man kann fifa packs niemals mit dem vergleichen was du mit casinos dreams macht ich habe auch null gegen dich rohat ihr könnt ja auch machen was ihr wollt und über fifa packs kann man gerne diskutieren aber ändert nichts an dem fakt dass das was du in deiner lage machst einfach uncool ist und es nicht schön zu reden ist um mehr geht's nicht und dann macht er selber so ein content bruder dann löscht auf links den tweet digga was ist denn los bei dir also im oktober mein screw ist noch ja casino streams sind absolut uncool und nicht schön zu reden und damit hat er ja auch recht wenn du glücksspiel aktiv für deine zuschauer bewirbst dann kann es halt sein dass ein paar von denen in die spielsucht geleitet werden und die dann ihr ganzes geld verzocken und ihr leben ruinieren auf der anderen seite bekommst du natürlich auch das geld richtig tief ist gesteckt so tief sogar dass du deine moralischen werte in manchen fällen auch einfach verkauft das ding ist soweit ich weiß sind online casinos so die werbepartner die am allermeisten geld in die hand nehmen und halt auf den tisch legen was ganz einfach bedeutet dass sich diese deals für die casinos am allermeisten rentieren am meisten profitabel sind viel mehr als keine ahnung wenn ich jetzt zum beispiel für netflix eine werbung machen da bekommen die natürlich auch einige subs und einige neue zuschauer dazu die die wesentlich 1299 im monat raushasteln aber wenn ich für casino eine werbung mache dann brauche ich nur einen amigo erwischen der 4500 euro im monat rausballert und das rentiert sich halt 10 20 30 mal mehr als jede andere werbung und gerade bei sowas wie online casino ist dann noch mal problematischer weil wenn du ins casino gehst ins echte casino oder zum automaten hast du deine chips oder dein bargeld und dann siehst du das physikal wie das geld verschwindet im endeffekt aber wenn das schwimmel an so online casinos ist da siehst es einfach nicht es ist irgendwann einfach weg und du denkst dir bruder ich habe doch vier viertausend gab vier mille da wo sind die dann sitzt du da kam mit 20 cent und so spielst du auf fünf cent oder so und das siehst du halt wie du das verlierst aber wenn du halt einfach nur oben rechts zu denken ohne spaß das einzige was ich mal mit glücksspiel gemacht aber damals meine kollegen waren auch so ein bisschen bock immer auf glücksspiel so nach arbeit hinfahren entspannt machen 140 hoch drücken wie die letzten oder ich bin dann mitgegangen und das höchste was ich mal gesetzt habe man glaube ich fünf euro habe ich reingepackt und habe dann auf 50 cent gespint das war wirklich schon das höchste oder ein euro und habe ich glaube ich auch mal 50 cent drei spiele bekommen 15 euro raus gut tot gefreut nie wieder casino angepasst geld siehst als zahlt dann ist ein ganz anderes feeling aber wisst ihr was auch ein ganz anderes feeling ist rich zu sein 1500 glücksspielsüchtige die bis sich im mai dieses jahres hat die scooretta einen casino deal angenommen der anscheinend so hoch war dass er einfach alle seine moralischen werte schnell mal unter den teppich gekehrt hat und dann kommt ich glaube er hat halt nicht so krass moralische werte sondern er möchte einfach gerne immer dieser mann sein der da oder derjenige sein der auf twitter der erste ist der du bist schlecht weil du das und das gerade machst digga er möchte dieser moral aposte sein unter allen ernstes mit der dreistigkeit an solche statements hier rauszuhauen heute abend gta rp plus slot streamen ps casino bleibt schmutz casino empfehle ich niemanden weil es ist nicht gut das zu tun es sind existen daran kaputt gegangen finger weg der grund warum ich jetzt dennoch zu sollte und hoffe ich jedem klar sein es gibt keinen sinneswandel es ist genau wie bei monte ich würde voll verstehen würde er den 12 million deal annehmen ich habe ein angebot bekommen von einer casino seite jeden tag auf montana black auf diesem kanal zwei stunden stream ein monat lang 12 million euro nur eben nicht oder das ist so ich bin dafür auch nicht empfänglich aber ich kenne die leute die am ersten ok lohn bekommen und am zweiten ist die kohle schon verzeiert kennt man natürlich so eine menschen dass ich verstehe das aber nicht wirklich nicht nicht das hat mich halt nie geflasht also klar ich verstehe schon dass du danach süchtig werden kannst ich weiß nicht dieses was macht einen dass man da ich immer dieses mit der kopf ich könnte ja das einfach wieder gewinnen sogar mehr die denken sich ja egal was ich verspiele ich könnte mehr wieder gewinnen glaube ich oder man das mit millionen macht und dann nur wegen der party bus ist der bild aus dukei 22 leider noch den aktuell muss ich noch mal sucht das finde ich nicht gut wie kann man in einem atemzug sagen die gar casino so ein casino mache ich nicht gleichzeitig sagst du aber digga ich mache es jetzt heute abend weil mir ist es wurscht falls ihr jetzt denkt er will vielleicht mit dem statement aussagen ja nicht mal dieses gewinnen dass du jetzt mal so ein bisschen resonanz bekommst okay es läuft nicht nur komplett scheiße sondern dem wirklich geht es eigentlich darum den dicken hit zu machen deswegen sitzen die wahrscheinlich auch alle immer so abgestumpft da digga das einzige was bei denen noch was auslöst wenn sie richtig geld verdienen weil es schon so gewohnt sind so viel geld zu verlieren ja okay dann zog ich halt irgendwie verantwortungsvoller und halt auf sicherheit jetzt mal real talk digga weil sie auch gerade am anfang diese fifa pack und das thema gemacht hat ich würde viel lieber geld in fifa oder sonst was reinstecken auch wenn das nach einem jahr nichts mehr wert hat hat das wenigstens jetzt mehr wert für mich also in der zeit keine ahnung so lange das spiel aktiv ist so solange ich das spiel halt spiele und sowas anstatt bei casino wo ich es halt wirklich einfach in die mülltonne schmeiße einfach eine mülltonne du kriegst ein dreh das ist ein animation im endeffekt digga die du die die eigentlich gar nichts wert ist digga und das ist dann dein erlebnis im gegensatz zum monte das ist ja so ja 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 es fühlt sich an als wenn er das gekünstelt so ist so freut bei er so also ich würde das hier als zeichne unterhaltung einstufen bis ich habe letztens ein video von meinem kollegen mo moody gesehen und er hat was richtig heftig sei so was ihr müsst euch vorstellen der ist auch meinungsblogger und wurde von einem casino angeschrieben und die wollten ihn dafür bezahlen dass er gegen sie ein video macht gegen das casino also so eine art zerstörungsvideo einfach weil die halt wissen dass sie dadurch ins gespräch kommen so auf die idee musste mal kommen jetzt gab es ja vor kurzem irgend so einen komischen boxkampf hinter der halle 8 auf der gamescom wo so ein komischer rapper aufgetreten ist keine sorge ich weiß natürlich dass der dropship von jedem youtuber gelutscht ist ich will das thema auch gar nicht ansprechen ich wollte eigentlich was zu einer ganz anderen sache sagen wie dort passiert ist und dafür brauchen wir jetzt ein bisschen kontext deswegen schauen wir uns zuerst den clip an ich muss das mit tiktok kurz klären leute ein bruder von mir erlebt aktuell schlimme zeiten deswegen ich muss was klären hier oder wie er redet es ist so gottlos erinnert thomas ich habe keine schlechte werbung nur werbung halt oh das trick in so boog hast du vollkommen recht entschuldigung da hast du vollkommen recht wir arbeiten hier für dich doch ne win oh no 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 deswegen gibt es halt überhaupt noch so leute wie weiß ich nicht oder ich wollte grad ne ganz kurz ist in ordnung wenn wir filmen ist ok edis ist ein ehrenmann er fragt erstmal und guck mal wie scurros da reingeht entschuldigung er redet das müssen wir uns auch noch mal anhören hast du recht digga warte mal ich muss das mit tiktok kurz klären leute ein bruder von mir erlebt aktuell schlimme zeiten deswegen ich muss mal kurz was klären hier digga warum redet er so er geht auch direkt hin ohne irgendwas zu sagen er ist auch ehrenmann jetzt ganz kurz ist in ordnung wenn wir filmen ich bin dafür ich bin hier um dafür zu sorgen dass er entwandelt ich bin dafür ich bin hier um dafür zu sorgen dass er entwandelt ich bin das zeigt digga ist schon dolle cringe den charakter von scurros einfach perfekt diese mexikanische katze digga el kring er meint natürlich das mit diesem free and rotating das ist ein scherz und so kann ja auch sein du gehst aber trotzdem wie irgendein möchte gern wichtiger zu irgendwelchen mitarbeiter von tiktok hin und verarscht ey was mir letztens auch aufgefallen ist ne scurros sieht eins zu eins aus wie fucking gargameh von den schlümpfen kann ja auch sein du gehst aber trotzdem wie die jungen leute kennen das wahrscheinlich nicht mehr aber die alten unter uns wie wisst ihr wisst auch ganz genau was ich meine oder irgendein möchte gern wichtiger zu irgendwelchen mitarbeiter von tiktok hin und verarscht sie glaubst dann das ist die aller coolste aktion ever kurze frage wen interessiert das jetzt einfach gargameh 1 zu 1 denkst du die mitarbeiter die halt einfach nur ihr geld verdienen wollen haben bock darauf dass der allerechte scurros sie jetzt zur lachnummer machen will aber egal wir beruhigen uns alle mal ganz kurz wieder weil ich habe nämlich einen ganz passenden clip dazu gefunden oh mein gott ey können wir bitte foto machen ja oh mein gott ey komm mal bitte mach foto ich bin simon ah das habe ich glaube ich auch gesehen da will niemand mit scurros foto machen und scurros hat da keinen bock drauf gehabt äh warte mal ey ich schwöre es dir scurros ist hier nicht komplett drauf dabei wahrscheinlich ne ich liebe deine casinos ne simon live simon live ist polnisch ja oh mein gott wie geil ich hab nicht verletzt erwähnt schon hobs man merkt das schon ich hab gewonnen mit dem kollegen du glaubst es nicht man sieht es nicht aber jungs ihr wisst ja ohne spaß hier es ist einfach gargamehl oder das sieht man nicht richtig ne oder erst einfach gargamehl 1 zu 1 digger scurros bruder jetzt fehlt noch die steak kette wirklich wir sind in 5 euro reingegangen wir hatten 10 Euro ich sag das am besten geh lieber darf ich trotzdem ein bild machen verarschen okay sorry wir trotzdem ein bild machen lass dich nicht verarschen nein ey ich ich hoffe mich zu filmen okay okay können wir kein bild machen ey du sollst gehen hab ich dir gesagt ich hoffe mich zu filmen alles ist gut ey wer hat mich halt alles gut ganz ganz komisch oder auf einmal ist es gar nicht mal so witzig wenn sich jemand in einem live stream über dich lustig macht digger das ist eins zu eins genau das gleiche was du mit den leuten von tik tok gemacht hast genau das gleiche der typ streamt geht währenddessen zu dir hin macht sich über dich lustig und du sagst ja pass auf pass auf was du da machst du solltest besser aufhören zu filmen digger teo warum auf einmal so zickig aber shoutout an den dude im hintergrund der hat es richtig genossen ich hab gewonnen mit dem kollegen ne aber ja ich hab wie gesagt noch nie ein video von skurros gemacht ehre man vor ein paar tagen hat sich das allerdings geändert ihr habt es vielleicht schon gehört Olaf Scholz hat es verkündet Alpha Kevin wurde von ihm gestriked Alpha Kevin der im echten Namen tatsächlich Oliver heißt wie random ist das hat im stream auf einmal Alpha Kevin heißt nicht Kevin im video von skurros reagiert ohne ihn zu beleidigen ohne gegen irgendwelche richtlinien zu verstoßen oder so und dafür hat er ihn striken lassen in Wahrheit hat er schätze ich mal einfach nur den strike rausgehauen weil die beiden halt bisschen beef haben oder so aber das lustige ist skurros reagiert ins auf gottlos sein streams auch auf videos von anderen leuten also er macht exakt exakt das gleiche warum er Alpha Kevin hat sperren lassen was ist da los bruder Tanzverbot hat dazu folgendes geschrieben Junge das so lächerlich ab sofort sollte er lieber auch auf nichts mehr reagieren wir können auch striken ihr habt es gehört wir können auch striken ich meine mal meistens der boy halt einfach nur kritikunfähig weil sowas finde ich halt echt uncool die aktion ist tatsächlich auch der einzige grund warum ich das video hier mache ich meine ich hab eigentlich ich hab auch ein paar mal seine streams danach reingeguckt ne und er sieht immer aus als wenn er irgendwie so auf Flucht wäre immer so so umschauend und immer so ein bisschen sollte er sich nicht wohlfühlen bevor gehabt ein anderes video zu machen aber allein aus dem grund dass skurros der meinung ist er kann einfach so out of the blue irgendwelche leute wegbannen einfach nur weil sie auf ihn reagieren das finde ich gar nicht cool und nun mal so als kleine info bei drei claims also bei drei sperrungen ist mein kanal für immer weg da gibt es auch kein zurück mehr demnach habe ich das gefühl dass er versucht hatte meinen kanal für immer wegsperren zu lassen obwohl er selber weiß wie schlimm das ganze ist und das nur weil ich kritisch gegenüber ihm stehe und vor allem seiner casino aktivität pass auf wenn du casino streams machen möchtest dann mach weißt du was ich meine das ist mir egal dann habe ich mein gratis content und du weiß ich nicht enttäuscht deine mutter du musst dich aber in der position als casino streamer obviously darauf gefasst machen dass hate auf dich zurückkommt wenn du meinungsblogge machen willst so ungefähr wie ich es mache dann musst du dich darauf gefasst machen dass du hate bekommst es ist einfach so dann andere leute zu kritisieren weil sie dich dafür kritisieren für den content den du selber als schmutz betitelst das verstehe ich einfach nicht das check ich nicht twitch sollte meiner meinung nach in so einem fall wirklich mal beide seiten beleuchten und sich anschauen okay war das jetzt gerecht aber twitch ist da auch sehr sehr schnell ne ja wirklich ich wurde ja auch einfach on stream damals gebannt weil ich ja angeblich irgendwelche sachen gesagt habe obwohl ich es ja alle in den erklärerischen kontext erzählt habe und erklärt habe rechtfertigt oder nicht weil einfach so konsequent auch vor allem ich war einfach zwei wochen weg ne eine woche war ich einfach oder ne eine woche war ich weg digga und die alte die on stream einfach gefickt hat einfach gefögelt hat on stream weggebankt wurde von ne und dem 3 3 3 3 3 1000 gag und weißt du nicht alles gemacht hat die hat drei tage bekommen grenzenlos jemand anderem den geldhahn zuzudrehen das geht einmal gar nicht aber ja lasst mich auf jeden fall gerne wissen was ihr von dem ganzen thema haltet ganz ganz schwierig und ganz schönes alles meine freunde lasst mich auch gerne ein like das für die leute die es noch nicht gemacht haben ich bedanke mich für das gutes video bis zum nächsten mal ja score ist einfach los digga ohne spaß digga fängt er an sachen von anderen leuten weg zu striken obwohl er selber reagiert der ähm malt sich selber die zielscheibe auf den rücken kannst du nicht anders sagen